Als ein Familienmitglied von Beatrice Egli an Krebs starb, war sie wie gelähmt. Das Ereignis prägt sie bis heute. Wann immer wir Beatrice Egli, 35, treffen, strahlt sie. Ihr Lachen erfüllt sofort den Raum. Doch niemand hat nur Sonnenschein-Momente, auch sie nicht. Und so verbirgt sich hinter ihrem Lachen eine traurige Wahrheit. Wegen eines schlimmen Krebs-Dramas, das sie bis heute nicht loslässt. So geht Beatrice Egli mit dem Schicksalsschlag heute um. Meine Tante ist leider vor ein paar Jahren an Brustkrebs verstorben. Das war nicht einfach, erinnert sich die Schweizerin an die schlimme Zeit. Beatrice war noch sehr jung, als die Schwester ihrer Mutter Eda, 59, erkrankte. Deshalb schien das alles für mich weit weg zu sein. Ich konnte eigentlich gar nicht richtig begreifen, was da passiert, erinnert sie sich. Und doch spürte sie die große Hilflosigkeit. Die alle lähmte. Ich habe miterlebt, wie sehr es meine Cousine, die fast gleich alt ist wie ich, und meine Mutter mitnahm, erzählt die Sängerin. Für mich und die gesamte Familie war es eine sehr traurige Zeit. Vom einen auf den anderen Tag bestimmte die Krankheit unser Leben. Um dem Krebs so gut wie möglich vorzubeugen, hat Beatrice für sich einen passenden Weg gefunden. Ich versuche, gesund zu leben, sagt sie. Das fängt damit an, dass ich an positiven Gedanken festhalte, denn schon die richtige Einstellung ist ja eine gute Medizin. Außerdem gehe ich zur Vorsorgeuntersuchung. Die schöne Schweizerin will ihr Leben auf keinen Fall von der Angst vor einer Krankheit bestimmen lassen. Wichtig ist, solche Sorgen ab und an zu vergessen und sich auf das Schöne zu konzentrieren. Mir ist klar, dass alles auf der Welt passieren kann, trotzdem wäre Angst der falsche Begleiter. Und deshalb lacht sie, so oft es geht. Versprüht gute Laune, wo sie kann. Die Angst darf nicht gewinnen, und die Traurigkeit erst recht nicht. Die Angst darf nicht gewinnen, und die Traurigkeit erst recht nicht.